Justin ist sich sicher, sein Glück mit Hailey hält für immer Justin Bieber, 24, glaubt an sein Liebesglück mit Hailey Baldwin, 21. Vor einigen Tagen überraschte der Gartstürmer seine Fans mit einer unerwarteten Wende in seinem Privatleben, nach rund einem Monat Beziehung machte er seiner Modelfreundin einen Heiratsantrag Doch auch wenn bei den beiden jetzt alles ganz schnell ging, hat der Sänger keinen Zweifel an der Partnerschaft Er ist sich sicher, dass die beiden für immer glücklich sein werden. Kurz nach der Verlobung schweben und aktuell auf Wolke sieben Immer wieder werden die beiden Turteln von Paparazzi abgelichtet Der Musiker glaubt fest daran, dass dieses Glücksgefühl für den Rest seines Lebens anhalten wird, er ist überzeugt davon, dass diese Euphorie, die die beiden gerade verspüren, für immer halten wird Für ihn ist das keine Phase, sondern an Liefesthüle Und weil ihm so ein Gefühl gibt, ist er auch so gerne mit ihr zusammen, verrät nun ein Insider im Hollywood-Liefer-Interview Der Informant will zudem wissen, dass sich noch nie zuvor so geborgen gefühlt hat Er liebt einfach alles an ihr Sie streiten wirklich nie Und er will auch, dass das für immer so bleibt, erklärt die Quelle Wann genau der Biebs seiner die ewige Liebe schwören möchte, steht derzeit noch nicht fest Untertitelung des ZDF, 2020